Hallo Freunde und Willkommen. In diesem Video will ich euch eine Möglichkeit zeigen, Zeit und Nerven zu sparen, wenn Windows mal wieder rumspackt und beispielsweise keine Updates mehr ziehen will. Unter anderem, wir bekommen irgendwelche Fehlermeldungen. Ich hatte neulich das Problem mit einem PC hier. Der Grund hierfür war, dass irgendwelche Dienste im Hintergrund nicht gelaufen sind. Jeder versucht diese manuell zu starten über die Windows-Dienste. War auch gescheitert. Da kam eine Fehlermeldung nach der andere. Nun, in dem Fall hilft dann meistens nur noch eins und zwar die Windows Update Komponenten einmal komplett zurückzusetzen. Das können wir mehr oder weniger mühsam mit ein paar einzelnen Befehle auf der Kommandozeile machen. Oder aber wir benutzen das gute alte und bewährte Tool, was auch kostenlos ist. Windows Update Recept. Und ja, dass uns fast die ganze Arbeit abnimmt sozusagen und auch noch ein bisschen mehr kann, als nur die Update Komponenten jetzt zurückzusetzen. Ich habe das Tool neben hier installiert und auch schon die Reparatur angestoßen bzw. gestartet. Dauert ein paar Sekunden, in der Regel zumindest, bis es durch ist. Hoffentlich erfolgreich. Abgeschlossen. Genau, schon ist es durch und ich versuche jetzt einfach nochmal mit meinem Update hier zu starten und ich würde sagen, das sieht schon gut aus. Also der sucht jetzt wenigstens irgendwie nach Update. Vorher hat er erst gar nicht versucht. Ich denke, er musste auch etwas finden. Dauert natürlich ein bisschen, aber ich würde sagen, das sieht gut aus. Genau, da hat er schon was gefunden. Und upsala. Okay, fortsetzen. Wir sehen, ja, dass das Problem jetzt hier gelöst ist. Das ging. Ich kann jetzt meine Updates hier machen. Jetzt will er einen Neustart haben. Das mache ich aber etwas später. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Tool selbst hier. Also eigentlich brauchen wir das Tool hier einfach nur als Administrator auszuführen, hier zu starten. Und schon bekommen wir hier alles schön aufgelistet, was das alles kann, alle Möglichkeiten. Ja, wir können hier beispielsweise automatische Reparaturvorgänge durchführen, fehlerhafte Werte aus der Registry löschen, die Windows Socks zurückstellen, Microsoft Store zurücksetzen und so weiter bis hin zur Online-Lösungshilfe durchsuchen. Ja, einfach eine Zahl hier eingeben, je nachdem, was wir für ein Problem haben oder machen möchten. Und mit Enter bestätigen und schon dann ist unser Problem hoffentlich gelöst. Ja, also das ist im Prinzip einfach eine coole Scriptesammlung, die unsere Arbeit eben sehr erleichtert. Ich denke, das Tool kann sehr hilfreich sein unter Umständen und aus eurer Werkzeugkiste nicht fehlen sollte, eventuell. Und ja, wollte es mit euch noch mal teilen hier, falls der eine oder andere es noch nicht kennt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls das der Fall war, freue ich mich natürlich um ein Like. Abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach ein Kommentar hinterlassen. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.